Ich lerne Deutsch. Nummer 5398 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hat Ihr Unternehmen auch einen Kicker? Ich habe zu viel gearbeitet. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe zu viel gearbeitet. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich zeige Dir genau, was ich meine. Kannst Du es auf dem Display erkennen? Ich zeige Dir genau, was ich meine. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Manchmal muss auch der Teddybär gewaschen werden. Er hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast Du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast Du sie gekauft? Er war ein liebenswerter, intelligenter Großvater, von dem ich viel gelernt habe. Er war ein liebenswerter, intelligenter Großvater, von dem ich viel gelernt habe. Ich sollte das jetzt nicht essen, weil ich abnehmen möchte. Bitte verrate mich nicht. Mein Bild ist fertig. Was soll ich jetzt tun? Ich bin mir sicher, dass ich diese Prüfung bestehen werde. Ich bin mir sicher, dass ich diese Prüfung bestehen werde. Ich habe so viele Tage dafür gelernt. Ich bin mir sicher, dass ich diese Prüfung bestehen werde. Ich habe so viele Tage dafür gelernt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Aber es gibt an die Prüfung. Ich kann es nachdenken. Dann wäre es für ein wenig zu sehen. Und es wird hier nicht so weit. Dann wäre es wieder einmal geschlossen. Es ist ein wenig zu sagen. Vielen Dank.